hallo leute und willkommen zurück zu einer weiteren folge let's play formel 1 2000 und 19 wir sind in singapur wunderbare strecke eine coole umgebung mit singapur drumherum aber ihr seht regen unter regen ist bei mir nicht immer so eine sache die ich gut finde da bin ich mal ziemlich schnell nicht ganz so schnell sagen muss man so und die ziemlich komplizierte strecke für die strecke nicht kennen also nicht wirklich kompliziert aber sehr viele kurven und relativ lange runde und ja ich kann nicht schon sagen wir hatten im vor dem fall ein problemchen im q2 hatte ich nämlich einen kleinen crash wir waren mal nicht kaputt aber wir hatten den frontflügel kaputt und dadurch konnte ich nur zweite runde reinsetzen und die erste runde war nicht ganz so gut deswegen sind wir elfter geworden sind gar nicht ins gut reingekommen wir sind aber jetzt auf dem achten platz vorgerutscht weil ein paar leute ein paar penalties hatten da sie zu viele teile benutzt hatten also egal achter platz ist okay fester bot das mit uns hier am sechsten platz nur ein bisschen vor uns nicht optimal dafür dass wir den schnellsten lagen haben auf dem auf dem feld aber egal wir fahren einen stoppstrategie wechseln auf intermediates noch mal rüber bei runde 15 so wollen jetzt aber zum start kommen 31 runden regen mal schauen so und auf geht's gleich den start wir haben hier butler reich können um uns herum interessante leute mit dem wir normalerweise nicht viel zu tun haben müssen links schon mal direkt verteidigen und versuchen jetzt hier reinzukommen butler gibt uns absolut gar keinen platz wir verhaken uns da ein bisschen versuchen aber jetzt hier links uns trotzdem zu behaupten auch wenn er uns nicht wirklich viel platz gibt ein bisschen gerangel aber gerangel aber wir sind durchgekommen ja da wollte er uns nicht wirklich den platz geben aber den dass ich mir nicht nehmen während ich hier komplett rutschen müssen den wagen nachfangen das heck kam ein bisschen rum und ja jetzt haben wir schon mal eine ziemlich große lücke nach vorne das ist nicht ganz so praktisch aber mit butler hinter uns sollten wir glaube ich keine großen probleme dahin haben also müssen wir uns einfach nur ein bisschen konzentrieren vorne ran zu kommen und dann ist gut die ferraris haben einen frontroll lockert ich glaube das erste mal seit ewigkeiten dass die ferraris gut abgeschnitten haben ja also die scheinen ganz guten pace zu haben auf der stecke und ja wir werden einfach mal werden natürlich unser bestes versuchen uns hier nach vorne zu arbeiten und uns vielleicht einen weiteren sieg zu holen wir hatten ja die letzten paar rennen waren ziemlich gut das schöne ist hier in singapur kann man ganz häufig auch sehr nah an der wand fahren also ist schön bis man dann gegen die wand fährt und das ist ganz cool sind die körpers nutzen und hier benutze ich immer eine andere linie als die ja kreiert und da weiß ich weiß nicht ob ich finde dass meine linie besser funktioniert jedenfalls jetzt kommen wir ran an an watri und da ist ja man jeff so da dachte ich mir mal komm lass uns mal vorbei mein lieber habe ich kurz gefragt hier james in dem fall aber nicht mal kurz eine durchsage machen kann und danke botters wir sind aber vorbei da hat er gar nicht gekämpft und wir wollen jetzt uns weiter kämpfen was haben wir vor uns perez dann haben wir die beiden mercedes und dann haben wir die beiden ferraris doch ein ganz okayer start weil das vom 8 platz gestartet sind wir schon auf dem sechsten vor einmal weiter kämpfen weitermachen noch haben wir anscheinend ganz gute pace obwohl das regnet aber vielleicht liegt es auch noch am starten schauen also ich rechne eigentlich damit dass wir dass unsere pace jeden moment hier ein bisschen abfällt ich werde aber ich werde aber weiter versuchen so jetzt hier vielleicht ein bisschen einen run kam nicht perfekt aus der kurve raus aber wir sind schnell als der der racing point also wir sollten eigentlich die chance haben da vorbeizukommen vielleicht gleich auf den nächsten geraden hier und gut durch die kurven bringen bisschen anders ein denken als er früher aufs gas sein und links gleich mal hallo sagen das ist seite an seite gibt eine rechtskurve jetzt kann er vielleicht verteidigen minimale kollision zwischen uns er kommt vorbei aber jetzt immer wieder windschatten auf eine sehr lange gerade kommt schon wir saugen uns ran und gehen nach links rüber und jetzt geht in die bremszone rein wir behaupten uns bleiben links drin immer noch seite an seite war wie ganz schön und jetzt in der rechtskurve wir bleiben immer noch direkt seite an seite kommt bisschen weit raus aber da haben wir genug platz und ich glaube wir haben es geschafft nicht noch nicht hier kommt zurück über die rechte seite immer noch nebeneinander unglaublich was für ein battle wir hier gerade haben das ist das ist tatsächlich krass und jetzt links versuche ich versuche zu früh zu machen da ist dann auch geblickt eine kollision er hält es aber durch und jetzt haben wir ihn überholen das war ein ganz schönes battle ich weiß nicht wie lange das war über 30 sekunden lang oder so direkt nebeneinander gefahren wirklich seite an seite rad an rad ordentliches battle nicht schlecht aber es hat uns unglaublich viel zeit gekostet ihr seht wie vorne science ganz schön abgehauen ist zwei sekunden ist da mittlerweile die und an dem mann wir fast direkt dran leben also müssen wir jetzt wieder ein bisschen zeitgut machen wir springen meine runde nach vorne wer arbeiten muss nämlich langsam ran und jetzt kommen wir gleich über ziellinie und beginnen die vierte runde aber ihr seht wir haben gerade die pace denn wir setzen die schnellste runden zeit und da bieten die vorherige runde beste runden zeit um drei sekunden glaube ich also ja wir haben ganz gute pace ganz gute pace mal schauen ob wir davon darauf profitieren können davon profitieren können deutsch deutsch ist ganz schwer schwere sprache so aber jetzt springen wieder ein bisschen vor wir haben uns nämlich reingekämpft mittlerweile in runde sieben und sind direkt hinter seines am mercedes dran die beiden versuchen den weg zu finden um an den ferraris vorbeizukommen und die können sich nämlich nicht absetzen weil die sind denke ich glaube die sind das viert schnellste auto mittlerweile red bull ist schneller mercedes ist schneller wir sind schneller also das kann eigentlich nur nicht lange dauern jedenfalls wir haben jetzt aber guten run wir sind direkt in münnstadt an seines ran wollen jetzt eine lücke suchen jetzt gleich rechts raus ziehen und oh shit wir verrühren ihn und fahrer auch noch hamilton berührt er gegen die wand seines crash gegen hamilton wir versuchen recht zu okay das gucken wir mal an ich bin direkt hinter den will rausziehen er bremst minimal früher als ich dachte ich ziehe durch und ramm dann auch noch hamilton der grund warum ich hamilton ramme ist das seht ihr aus der perspektive ich schaffe die rechtskurve nicht deswegen will ich versuchen noch links in die lücke rein zu ziehen habt aber auch keine chance mehr und ja es bleibt nichts anderes rechts hätte ich nicht geschafft links hätte ich nicht geschafft es gab nichts anderes und dass dann seines aber auch noch in hamilton wieder reinfällt das war ungeplant sind wir alle beschädigt rennleitung sagt wir müssen den platz zurückgeben an seines okay machen wir kurz ja also ich glaube hamilton hat fast kein frontflügel mehr wir haben fast keine frontflügel mehr seines hat beschädigt also so die drei drei fünf vier topfahrern aus dem rennen mal eben kurz rausgenommen und ja wir müssen sofort wir müssen sofort in die box das ist gar nicht gut das ist gar nicht ihr seht wie ich extreme probleme habe überhaupt in kurve zu kommen seines hat es auf jeden fall noch besser und ich glaube lewis hat er kommt von früher mit der feld unglaublich zurück ja wir müssen jetzt aber hier direkt links abbiegen auf jeden fall nicht der anfang von dem ich hier geträumt hatte sagen wir es mal so direkt in der wandern absolut meine schuld ich habe es ein bisschen verschätzt da okay egal neue frontflügel neue reifen während wir gerade dabei sind und dann wollen wir das beste daraus machen so leute kann schon lasst uns guten stopp machen hamilton gleichzeitig kriegt er jetzt gleich die gleiche operation sagen wir im auto und wir fahren raus 8,35 8 sekunden ist okay dafür dass wir auch noch die frontgewechsel haben den frontflügel wir wollen einfach mal weiter machen jetzt natürlich ganz hinten aber sonst sind wir ganz hinten also ja mal schauen wir kämpfen uns mal ran jetzt haben wir ziemlich viel zeit abstand ich weiß nicht wie groß der abstand ist zwischen uns und kiert aber ich kann sagen der ist ziemlich ordentlich wir sind jetzt nehmen wir an so 30 sekunden vielleicht nach 20 30 sekunden dürften hinter kiert sein okay aber ja einfach konzentrieren ranfahren und ja stimmt der regen hat aufgehört das ist schlecht weil wir müssen wahrscheinlich gleich reifen wieder weg sein wir sind gerade nein wir sind gerade reingekommen wir sind gerade in die box gekommen und haben in das aufgezogen ich habe gar nicht drauf niemand hat daran gedacht wieder wir noch jeff noch irgendjemand im team haben wir das ein bisschen schneller und das ist aber egal niemand hat daran gedacht dass wir nein ich jetzt gleich wieder rein müssen was sagt das wetter kein regen und jeff weiß nicht ob inters oder die trockenen reifen schneller sind das heißt am ende der runde sind die trockenen reifen deshalb wir müssen wir müssen wieder in die box oh shit wir können nicht mal diesen box und stop benutzen um das irgendwie in die rennstrategie einzubauen nope wir müssen hier drüber ihr seht ich wechsle sofort auf softs rüber okay was für ein chaos wir haben ja der sagt die offiziellen trockenes rennen wir müssen rein ja wir müssen reine müssen nach zwei runden wieder in die box rein ich weiß nicht ob wir das rennen überhaupt noch retten kann so bot das ist auch drin wir verlieren fast die kontrolle hier den rein lös kommt genauso rein das ganze feld kommt rein wie ihr seht okay sind auf 13 sekunden über den kombi hülkenberg und leute korrekt worauf warten wir okay 3,9 sekunden absolut langsamer stopp das war eine miserable arbeit ich weiß nicht was sie da gerade gemacht haben aber mit dem genauso geschlafen wie eben unsere strategie abteilung okay und ja wieder 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 letzter hamilton ist aber immer noch letzter also ja wir sind nicht jetzt aber hamilton ist noch hinter uns wir sind fast letzter neunster platz komm schon und ja kreativ ist vor uns wir sind wir haben immer noch zeit gewonnen in der letzten runde aber trotzdem wir konnten das nicht wir konnten nicht mehr wirklich viel zeit gewinnen ist jetzt nicht so als wenn wir davor waren wir den boxen stopp voraus aber das sind wir jetzt nicht mehr so wir springen zwei zwei runden vor so langsam aber sich ich weiß ich muss aber so hoffentlich kommen wir noch in die punkte ich mein drittel des renns ist fast die hälfte des renns ist so rum wir hoffen ob wir irgendwie noch irgendwie noch in die punkte reinkommen können mal schauen ich weiß nicht ob wir ihn beschädigt haben oder das unabhängig ist das ist unabhängig von uns aber wir sind offiziell letzter okay gut hamilton ist raus ist aber eine ganz gute sache das heißt damals war keine angst mehr haben und der kriegt auf jeden fall keine punkte so wir haben mittlerweile aufgeschlossen zum feld vorne und wollen uns natürlich jetzt hier am safety car anhängen dass wir dann bald beim restart wieder dabei sind und wo wir vom restart reden am ende der 14 runde hier sind wir da safety car kommt rein und wir müssen jetzt nur geduldig sein irgendwann startet vorne das feld wir sind eben wirklich ganz hinten neu wir haben 18 fahrzeuge vor uns aber ist gut dass der safety car kam das hat uns hier noch mal gerettet ein bisschen früher immer noch besser gewesen aber das war trotzdem trotzdem ganz gut dass das safety car und noch besser dass hamilton rausgeflogen ist der mercedes hervorhand seiner konstrukte als meisterschaft also das wird ein bisschen bettelt so vorne wird jetzt gas geben aber wir müssen uns hier noch ein bisschen dran halten und ich kriege einen super schlechten exit aus der kurve aber weiter schon mal extrem viel abstand hat Kiwi hat gewonnen okay wollen wir uns gleich wieder ankämpfen egal wir haben den vier schnelleren wagen wir haben brandneue softs rausgefahren hat er uns hat er mediums so wir müssen nämlich sowieso glaube ich noch einmal stoppen oder genau ich glaube das war die richtige entscheidung von mir auf softs zu gehen oder ich glaube mediums hätten nicht gereicht ne okay ich hatte jetzt kurz über die aber nicht auf mediums hätten gehen können und das hätte gereicht aber ne definitiv nicht so jetzt wollen wir aber mal unseren mclaren ein bisschen ausfahren und den leuten zeigen dass wir schnell sind auf die gerade in den windschatten ranziehen rausziehen und auf der innenseite nur ein bisschen platz links und rechts jetzt ein bisschen später bremsen um die ausseite bleiben immer noch mit zwei rädern auf der strecke und wunderbares über hohen manöver so würde ich das sehen nächstes ziel höckenberg vorne so dann haben wir george russell und williams wir werden aber weiter kämpfen mal schauen also wie gesagt ziel ist eigentlich nur irgendwelche punkte nachzuholen sprich zehnter platz zu werden desto mehr punkte desto besser aber ich glaube wir müssen uns hier nicht irgendwelche falschen hoffnungen machen als dass wir noch wirklich eine gute chance haben in dem rennen irgendwas erfolgreich zu schaffen aber ja so ist es manchmal gibt es zu rennen und es kommt aus von meinem fehler her plus ein bisschen strategie fehler aber grundlegend war es mein fehler also kann ich ehrlich sagen jedenfalls wir starten eingriff auf höckenberg der einmal mal die kurve ein bisschen schneidet und raus rammt und ja das war nicht so freundlich ist es wieder seite an seite und er versucht er will hier echt nicht aufgeben obwohl wir klar schneller sind und ja da müssen wir uns ein bisschen durchdrücken weil er der uns der erst der der uns eben gerammt hat das mussten wir nicht machen aber und ich habe vergessen meinen ofen anzustellen Mist ich wollte mir eine pizza machen weil ich voll hungrig bin und dachte mir ich nehme das auf und dann mache ich in welches bestellen ofen auf haben das habe ich vergessen verdammt egal jetzt bin ich dabei wir sind mittlerweile 17 platz zwei plätze haben wir schon gewonnen und wir haben noch etwa die helfe des rennens vor uns also wir werden noch einige plätze hier denke ich gut machen können das habe ich mir aber nicht so vorgestellt das rennen habe ich mir nicht so vorgestellt wie es jetzt ist ich dachte es war es wir können vielleicht wieder am sieg kämpfen vielleicht ein 1 2 machen dann war das qualifying schlecht dann hat das rennen noch schlechter begonnen als das qualifying schon war und ja dann waren wir hier in dem schlamassel so auf jeden fall wir sind schon wieder in der box ich glaube das ist unser dritter box und stop in acht runden weil wir sind am ende unsere stints schon angekommen und zumindest sagt uns jeff das jeff sagt wir sollen jetzt in die box kommen genau ja das habe ich eben verpasst sorry jeff hat uns nämlich gesagt es ist besser jetzt in die box zu kommen weil die autos vor uns halten uns nur auf das heißt wir machen jetzt einen langen stint auf mediums ist riskant vielleicht halten die nicht durch aber das kann uns vielleicht ein bisschen zeit verschaffen natürlich sind wir jetzt wieder letzter ist sowieso ein wieder wieder passieren das eigens hier aber wir haben jetzt vielleicht ein bisschen bessere chance wir können jetzt einfach nur auf die strecke konzentrieren und schnell sein und wo von schnell sein reden hier von runde 18 zur runde 19 mal eben die schnellste rennrunde aufgestellten 1 41 9 2 5 und ja wir werden kein box und stop mehr haben aber ich glaube fast alle vor alle vor uns müssen eigentlich noch mindestens ein box und stop haben das heißt da ja einfach nur einfach so viel gas geben wie möglich und jetzt runde 20 einiges vorgesprungen sehen wir da sind die ersten box und stops und jetzt ernten wir die saad wenn wir die saad heißt das ach keine ahnung ich kenne kein deutsch gerade so kommen raus und sind schon mal auf den 13 platz vorgefahren das mag ich schon mal und da ich denke glaube das war erst die erste hälfte des feldes die in die box ganz das heißt wir können vielleicht noch mehr platze gut machen okay das war ich glaube das war ein sauguter korps von jeff das sagt komm jetzt in die box früher und jetzt kommen wir die zweite welle an box und stopp sogar an science vorbei und okay wir sind auf dem siebten platz und vor uns das botters jeff also das war eine brillante idee also ich habe zwar am anfang verhauen mit dem mit dem uns noch wieder auf intermedien zu packen da hat man daran denken sollen wobei wir hätten vielleicht das ist vielleicht so ein 50 50 call aber das jetzt war auf jeden fall nicht nicht schlechter nicht schlecht jedenfalls hülkenberg vor uns wir haben der s und dieses mal bitte nicht so viel misst wir ziehen direkt vor ihm rein um gleich mal klar zu machen du wirst uns nicht gegen angreifen wirst diesmal kein gegen angreifen machen das war wirklich es war hundertprozentig fair und wirklich direkt vor ihm reingezogen gucken wir uns mal im replay an fahr vorbei und sobald ich wusste da ist platz schwupp reinziehen und bremsen kein gegen angreifen kann er da wagen aus seiner perspektive da aber sowas gebe ich mir nicht noch mal was er da letztes mal gezogen hat okay mittlerweile rund 24 von 31 und wir sehen vettel kommt gerade aus der box raus die ferrari ist hier einen sehr späten stopp ich weiß nicht was die finden die gemacht haben aber auf jeden fall vettel vor uns die frage ist der ist auf soft wir haben zwar den schnelleren wagen aber unsere mediums sind mittlerweile schon glaube ich acht runden alt oder so und er ist auf brand 29 mal schauen vielleicht können wir was machen aber ich würde nicht meine hoffnung darauf geben gleichzeitig ricciardo kommt in die box und wir sehen auch guck mal auf der map leclerc ist auch in der box der kommt gerade jetzt raus vielleicht können wir den platz holen hoh optimistisch über die kurve so und jetzt über außen kommt schon okay da kommt er vorbei aber wir haben ein bisschen besseren run da wir mehr beschleunigungszone haben kommen gleich über die linke seite hoh er gibt uns kein platz und jetzt haben wir aber dhs können wir da vielleicht gleich einen gegenschlag starten bisschen weit in der kurve raus gekommen aber trotzdem mit dhs sollten wir einen guten run haben ziehen nach links wollen uns die innenseite für die nächste kurve stoppen direkt seite an seite und wir kommen rum wunderbar wir haben uns den dritten platz gesichert und wir sind auf dem bodium wenn es so weitergeht nicht schlecht damit hätte ich nicht gedacht eine runde später aber haben wir leclerc hinter uns und jetzt hat der dhs und er hat auch softs drauf das heißt er ist auch grundlegend schneller als wir so wollen wir mal gucken da rammt er uns okay mein lieber ich glaube wenig platz geben aber du hattest genug platz und mich zu haben werfen wir noch mal ein blick drauf so wie habt ihr denkt einfach viel zu früh ein ohne grund da anstatt auf seine linie zu bleiben filter und aber weg raum und da muss ich ein bisschen weit rausgehen das geben wir uns nicht die nächste runde gleiche stelle der claire versucht wieder angriff mal schauen können wir es noch mal verteidigen gleich machen wir eben versuchen was er kommt über rechts das heißt wir wollen jetzt wieder ein bisschen squeezen und über die innen seite aber ich verbremse mich kommt zu weit raus jetzt hat er einen guten run und das müssen wir aufgeben da werde ich nicht bekämpfen wir haben wir haben abgekürzt und sonst hätten die stewards eh gesagt immer sich weg geben also einfach blöd dass ich mich da verbremst aber er hat einen guten run okay den werden wir nicht mehr kriegen gleichzeitig kommt hinter uns jetzt seins jetzt aber auch auf mediums aber seine sind viel frischer als unsere mal schauen mal schauen wie das weitergeht so wir sind noch vier runden haben wir noch das ist viereinhalb älter wir werden einfach so viel gas geben wie möglich das heißt ich muss mir ein bisschen sprit aber auch noch sparen weil wir sind ein bisschen über dem ziel was das angeht und jetzt kommt seins und wir gehen extra weit jetzt kommen die strategien leute wir gehen extra weit raus lassen seins vorbei und wissen jetzt wir haben auf der geraden drs und wollen wir mal der drs anschalten und probierens fast jemand geküsst jetzt über die innenseite den gleichen ruft den wir so heute heute so häufig gemacht haben zu zweit leichte kollision aber kommt vorbei kurz zur anmerkung das ist übrigens nicht das gleiche wie in hanoi in hanoi haben jetzt auch jemanden vorbeigelassen aber hier haben wir nur das problem weil wir alte reifen haben und sprit sparen müssen sonst hätten wir das problem ich in hanoi hast du jedes mal das problem würde ich nur mal sagen gleiche gleiche sache probieren nochmal das problem ist dieses mal kriege ich die kurve ganz blöd ich komme viel zu weit raus drei können links neben uns hallo und science hat jetzt extremen run gleichzeitig diese kurve verpasse ich auch die apex versuche jetzt mit ds zu kommen und ja ich glaube noch mal funktioniert die strategie nicht sie hätte vielleicht noch mal funktioniert nicht vorbeigelassen aber ich habe den fehler gemacht dass ich zu weit rausgekommen bin können wir irgendwie geschlagen ja okay ich glaube der platz der platz ist weg glaube ich das ist das war super optimal aber ich glaube nicht hätten wir sowieso nicht verteidigen können das ist unsere einzige chance war mit dem vorbeilassen und dann wieder mit der es zurückzuholen ich glaube das war die einzige chance aber hat nicht funktioniert sonst hätte man es glaube ich auch egal egal ihr seht unsere reifen sind mittlerweile absolut am ende weil wir so frühes box da haben jetzt versucht reich können angriff auf der innenseite da müssen wir ihnen platz geben ist immer noch in jetzt hat er sich zurückgezogen und wir müssen rein weil wir haben ein riesenfeld an fahrzeugen das warum ist reich können eigentlich so schnell was mit mal passiert so wieder ein bisschen die anlass die linie nehmen und jetzt mehr speed auf die gerade nehmen ja hier sieht wir haben wirklich fünf fahrzeuge oder so hinter uns die alle darauf warten dass wir doch bitte dass wir doch bitte mal einen platz abgeben aber jetzt geht es gleich rein in die aller letzte runde so die letzten paar kurven hier in rund 30 kann schon einfach versuchen ja die das nicht so einfach nach also der erste ds tonne müssen wir überleben das ist das wichtiger so da kann man gut raus schon mal vier sekunden langsamer als wir eigentlich sind in der runde das sagt schon einiges aus ja ich glaube unsere reifen sind bei 70 prozent oder so also wir sind echt knapp am ende und jetzt hier natürlich normal ruhig fahren diesmal lassen wir keinen durch da haben unsere reaktion gelernt das war eben nicht so klug werden beim ersten mal was cooler move von zweitem haben wir es vergabelt also jetzt hier rum wunderbar so mag ich das okay der erste zone kein angriff nee okay gut das heißt wir haben es bisher schon mal überlebt wir haben aber noch ein bisschen weiter vor uns das heißt es kann noch immer einiges an angriffen kommen aber das wichtigste und schwerste haben wir wahrscheinlich schon mal überlebt wir müssen noch minimal sprit einsparen da stelle ich es noch mal kurz rum stellen wir um auf lean woher nach hier auf der einen gerade kann man nicht so leicht überholen noch mal kurz sprit einsparen so muss noch ein bisschen mehr einsparen okay bleiben wir noch mal dabei aber auf den nächsten graden brauche ich auf jeden fall wieder normal sprit so hier sparen wir jetzt gut ein fast die kontrolle noch mal verloren ein bisschen die kerbs mitnehmen so weit wie möglich bremsen und auf die gerade raus okay wir bleiben noch mal im dienen modus stellen jetzt aber hoch und da seht ihr ja oh gott unsere reifen sind absolut am arsch kein wundern dass wir keine pace haben das anderen uns so leicht vorbeiziehen und die ganze selbst ein alpha hinter uns schneller ist ja aber wir müssen nur noch ein paar mehr runden halten gleichzeitig bottas hey nicht schlecht bottas gewinnt das rennen also trotzdem den mclaren sieg obwohl wir einiges am mist gebaut hatten und strategie verkackt haben und alles mögliche war aber mclaren wenn das das wichtiger heck immer noch sehr locker letzten paar kurven komm schon noch kurz zusammenhalten nicht gehen die wand hauen wunderbar das dann kleiner karte ist direkt an uns dran mein gott rum 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 gas und wir haben es geschafft fünfter platz nach all dem was passiert ist nicht schlecht damit hätte ich nicht gerechnet schade dass wir gecrasht sind das war mein fehler dann hatten wir strategie mäßig vielleicht ein bisschen verkackt mit intermediates aber dann kam von jeff der geniale koal dass wir früher in die box kommen und somit versuchen den traffic zu erweiten also das war richtig gut gut gemacht jeff klapp 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 und ja war doch aber ein sauspannendes rennen das rennen war echt spaßig auch wenn wir nicht gewonnen haben aber super spannendes rennen hat mir hat mir echt gefallen muss ich sagen und ich hoffe ich hatte ich hoffe und ich glaube es hat euch genauso gefallen wie mir gleichzeitig sehen wir die ferraris auf zwei und drei und ja nicht schlecht nicht schlecht glückung an waltry natürlich hier obwohl er uns einmal vorbeigelassen hat hat das rennen geworden ist das super karma kam da zurück im positiven und da feiern sie ja nächstes rennen ist gute frage ich weiß gar nicht was das nächste rennen wir haben noch fünf mehr rennen glaube ich 16 17 18 19 20 21 wir haben sechs mehr rennen sechs rennen mehr also noch ein paar rennen und gucken wir mal wie ständig sind also genau wie gesagt das erste fettel dann erklärt sein sind dann wir drei können echt nicht schlecht auf dem sechsten platz gelandet lukas weber vom siebzehnten auf den siebten und natürlich hamilton ganz weit zurück kubica sogar auf dem zwölften platz ok gucken wir uns mal championship an bot das ist wieder uns vorbei jetzt zwei punkte vor uns das ist ein kampf zwischen uns und wir sind ganz nah dran an ferrari jedenfalls ich danke für euch fürs Zuschauen aufs kreis und tschüss bis nächstes mal euer cd ciao achso und da die nächste die nächste folge vor meins kommt natürlich wieder um 15 uhr übermorgen also bis dennchen ciao ja